Die Norderstädter Herbstmesse ist ein Fest für die ganze Familie. Aussteller und Besucher nutzten den ersten Messetag für ausgelassene Gespräche. Interessante Führungen mit unbekannten Einblicken in das Rathaus, das Herz der Stadt und die Räume der Volkshochschule bieten kleinen und großen Besuchern am Sonntag ein buntes Programm. Ich freue mich, dass die Stadt Norderstedt ebenfalls als Mitveranstalter hier bei der Messe dabei ist. Auch am Sonntag öffnen die Türen des Rathauses für die Norderstädter Herbstmesse. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher den bunten Branchen nichts erleben und die Messeangebote nutzen.